Wir haben gestern schon ein bisschen mehr gemacht, als wir normal machen, wenn wir aus einem Spiel rausgehen, vom Training vormittag auch laufen und in Spielformen, es hat den Zweck erfüllt. Nein, nein, es wird so niemand dazu kommen. Es kann nur sein, dass wenn man sehen, wie der morgigen Tag dann verläuft und man vielleicht den einen oder anderen von der U19 dazunehmen.